Und willkommen zurück zum Part von I212 aus dem Großprojekt von Gamepad Empire Pokémon Morgenröte. Da sind zu viele P's drin, habe ich das schon mal gesagt. Ja, so, wie sieht's aus? Ich muss mich wieder mit der Tastatur befassen, wir haben die richtige Schriftart wieder drin. Wie geht's denn unserem Pokémon? Ach du Scheiße. Nicht so gut. Ähm, wir sollen jetzt eigentlich versuchen, weiter durch diesen Berg durchzugehen. Das Problem sehe ich nur im Zustand unserer Pokémon. Haben wir Beleber? Natürlich haben wir kein Beleber. Er hebt alle Statusprobleme eines Pokémon. Okay, gut. Wohl nicht, wohl doch nicht alle. Das ist ja schlecht. Da ist, glaube ich, auch kein Beleber drin. Das ist... nicht so doll. Also wir können nur versuchen, weiter zu... laufen. Wobei, wir haben bestimmt was zum Heilen. Oh, Trank, doch so viel. Heil 20. Na, können wir zumindest ihm hier geben. Zwei, so, drei. Hätten wir das schon mal voll. Na, wenn das mal gut geht. Da kommt was. Da kann man kämpfen. Ich... Will ich kämpf... Äh... Äh... Da ist ein Pokéball. Haben wir jetzt da Trümmerer? Müssen wir ja, sonst werden wir hier nicht... Sonst werden wir hier, glaube ich, nicht sonderlich weit kommen, oder? Zerschneider. Zerschneider. Oh, wenn ich jetzt kämpfe, gehe ich nur wieder drauf. Ich muss so oder so kämpfen, aber... Ich gehe den Weg mit dem geringsten Widerstand. Hey, ja... Ich mache dich fett... Versuch's doch. Über all diese Kampffeater. Der hat nur eins. Och, Mann, warum hat der nur eins? Einmal paralysieren, bitte. Danke. Ernsthaft? Trotzdem trifft er? Oh, Scheiß. Das geht nicht gut. Das geht nicht gut. Schlitzer. Töte es. Oh, oh. Kampf, Kampf. Ich glaube, gegen Kampf war psycho-effektiv. Wir haben nichts psycho-artiges. Wie sah es mit Unlicht aus? Nicht so effektiv. Hallo, das Vieh ist paralysiert. Warum greift es an? Wie sah es denn mit Käfer aus? Ich weiß es nicht. Ah, das sieht gut aus. Sehr schön. Darauf hätte ich noch gleich kommen können. So, damit ist Pikachu auch tot. Na, Phänomen. Oh, oh. Wir haben da bestimmt noch was anderes außer... Ernsthaft? Wir haben nichts anderes außer Tränken. Eins, zwei... Drei. Haben wir noch drei übrig? Oh, weh. Rebels-Effekt war oft. Ah! Wir hatten Schutz drin. Haben wir noch Schutz? Na gut. Ja, genau. Leck, wie weit bist du denn? Nichts, worauf ich jetzt Lust habe. Geduld. Ja, genau. Das ist viel Lippen. Wir haben es noch nicht. Ich will es aber auch nicht haben. Weiß ist ein Kampf-Pokémon. Nein, ich fange es jetzt nicht. Ich versuche es zumindest. Oh, doch noch so viel. Letzter Pokéball. Und go! Menno, bleib drin. Erben Superball muss es jetzt drin sein. Ernsthaft? Okay, jetzt töte ich es. Sonst tötet es mich. Nein! Pfui! Wir haben ein dezentes Problem. Ich glaube, ich gönne mir das mal hier zu speichern. So. Oh, nein. Nein. Ich bin so was. Ich will es jetzt nicht unbedingt gleich töten. Ich befürchte, es wird darauf hinausläufen. Ach, du Scheiße. Ja, komm! Ich bin nur stehen geblühen. Ach, voll. Ich glaube, ich flüchte. Guck weg. Danke. Das Wasser. Nein! Wieder ein wildes Mal. Nein, der Trainer hat sich auch rumgedreht. Lauf! Lauf! Boah. Ach. Ich will das nicht. Ich habe ihn, glaube ich, vergessen, den Timer zu stellen. Das ist ganz blöd jetzt. Scheiße. Lauf. 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 Seid mir nicht böse. Ich will nicht kämpfen. Da ist ein Ausgang. Lass mich da durch. Naja, so ein Ausgang war das jetzt auch wieder nicht. Kann man den ansprechen? Ja, sieht so aus, als muss man den ansprechen. Es gibt einen Typen, der Fossilien gegen einen gewonnenen Pokémon-Kampf tauscht. Waren wir hier schon? Sei mich... Äh, gut. Versuchen wir es. Feuerzahn ist... Feuerzahn ist... Feuerzahn ist... Feuerzahn ist... Ich bin zu stark für das Krieg. Ich habe kein schwächeres Pokémon. Ich kann hier gerade nichts... Geht's da raus? Ich muss kämpfen. Ich komme nicht drumrum, ich muss kämpfen. Ich will jetzt keinen Kleinstein fangen. Du bitte hab nicht so viel. Oh, fick dich. Was ab. Trachenhut! Nein! Nein! Bleib am Leben! Scheiße. Das hat mir jetzt 30 abgezogen. Feuertan! Raserei! Fick dich! Der wird doch von Mal zu Mal stärker. Oh oh. Aber das bringt nichts. Er greift ja eh jede Runde mit dem Gleichen an. Oh, scheiße. Nein, du ziehst mir nicht alles ab. Töte es. Ja, der ist weg. Okay. Valavelop! Ich muss mich heilen. Ich muss mich irgendwie heilen. Aber der hat nur 20! Verdammt! Das gibt's doch nicht! Konter! Ja, das war gut. Okay, das Vieh dürfte Pflanze sein. Das heißt, mit Feuerzahn laufe ich da, glaube ich, ganz gut. Nein, du tötest mich nicht! Du töt... Ja, okay. Warum verrecken die eigentlich immer bei mir alle? Kann mir das mal einer erklären? Scheiße! In welchem Pokémon Center landen wir jetzt eigentlich? Ja, okay. Einen wunderschönen guten Tag! Ich möchte Sachen kaufen! Aber wir haben ja nun beim besten Willen genug Geld! 16.000! Ja, kann nicht mit Leben! So, 10 davon! Danke! So! 10 davon! Ja! Oh, guck mal! Schutz! Gott! So, Beleber gibt's ja leider keinen! So, jetzt müsste ich nur wissen, wo diese blöde Höhle ist! Gibt es nicht! Scheiße, wie kam ich da hin? Karte gucken! Halt! Nicht mit der Maus! Muss ich mal die Maus nehmen? Schiebe mal mein Mikro weg! Das gibt's doch nicht! Okay, da bin ich! Route 7! Route 8! Also muss ich runter! Okay! So, gegen die ist, glaube ich, überall schon gekämpft worden! Hey, ein Skorblur! Ja, ich brauch keinen Skorblur! Aber es kann natürlich nicht schaden, auch Low-Level-Pokémon zu killen! Ob ist jetzt nicht grad der Schnellste, hab ich das Gefühl! So, irgendwo hier geht's doch runter, da! Ja, man muss genau die Mitte treffen! Kann man da wieder hochhüpfen, eventuell? Okay! Ab durchs Gebüsch! Den kaputt machen! So! Lass mich da durch! Und vor kurzem hier... Äh... Ah! Die bewegt sich ja! Ah, okay! Gut! Da muss ich rein! Ach, komm schon! Nein, lass mich jetzt in Ruhe! Ich glaub, da drin hab ich... Das hat mehr Effekt! So! Wo zur Hölle muss ich jetzt lang? Ah, ja, stimmt ja! Bilde Pokémon! Aber jetzt kann ich versuchen, eventuell einen, ähm... Na, ihr wisst schon zu fangen! Einen Zubert! Vielleicht sollte ich drauf achten, dass es männlich ist! Ja, hier ist Wasser! Hallo, Onyx! Tschüss, Onyx! Der war jetzt echt einfach! Es ist schon krass, ja? Also... Wie viel... Ah, hier war ich doch! Ach, der Weg ist ja gar nicht so weit! Es ist schon heftig, äh... Wie stark der Level-Unterschied zwischen wilden Pokémon und Trainern ist! Gleiche Stelle! Gleiche Welle! Und trotzdem möchte ich mit den Nix... Ich glaube, ich muss Bob mal heilen! Wir haben ja wieder genug Tränke! Zwei reichen ja auch! So! Ach, komm schon! Super! Onyx! Ist auch wieder weiblich! Wenn ich den Onyx fange, dann ein männliches! Oh! Es hat überlebt! Ja, dann... Aber das wirst du nicht überleben! Träumt mit dem Steinhagel! Ach, stimmt! Das war gebietsabhängig! Nein! An der bin ich ja gerade vorbeigelaufen! Stimmt! Scheiße! Ah ja, gut! Okay, sie hat nur zwei! Dave wäre jetzt vielleicht doch nicht schlecht gewesen! Das hat, glaube ich, keine Wirkung! Ach, komm! Ich bin ja dafür! Dave sollte sie verbrennen! Wunschstrom! Hm! Wunschstrom! Hm-hm! Das ist mir jetzt doch etwas zu riskant, glaube ich. Halt, ich quatsch noch so. Die und ihr scheiß Wunschtraum, ehrlich? Doch! Das füllt zu viel auf, ey. Das gibt es nicht. Alter! Hallo! Ich möchte hier gewinnen! Das gibt es nicht. Ich renne den Weg gleich nochmal. Ich sehe es kommen. Oh, scheiße. Das Vieh pusht sich immer weiter hoch. Das geht nicht gut. Ja... Hab ich schon mal gesagt, dass diese Attacke zum Kotzen ist? Du musst überleben, Dave! Scheiße! Ja, fick dich, Gardermo. Fick dich. Dieser Part ist nicht jugendfrei. Das weiß ich jetzt schon. Oh, Quatsch. Oh! Ne, ey! Das ist nicht lustig! Wie sieht's denn mit Grundnicht beim Psycho aus? Das Vieh ist doch unter anderem Psycho... Oh... Ich glaube, ich bin die schlechteste Trainerin von uns hier, oder? ... Das darf doch alles nicht wahr sein. Als wenn Sparky das jetzt reißt. Ehrlich. Der ist doch One-Hit. Kann man das Vieh vielleicht wenigstens vergiften? Oh, Iso, du bist so grottenschlecht! Das ist unglaublich. Ja, wenigstens zieht das nicht so viel ab. Naja, genug. Noch eine halte ich nicht durch. Okay. Ey, Mann! Was gibt es nicht? Ich mach's gar... Ja, der ist doch auch One-Hit-Down. Das ist doch... Ja, Bob. Der ist doch auch fast One-Hit-Down. Der ist doch auch fast One-Hit-Down. Ey, ne, ne? Ich bin so schlecht. Ich bin einfach so schlecht. Ja, also ich versuch da jetzt wenigstens nochmal wieder hinzukommen. Ich hab ja weder das eine noch das andere geschafft. Ja, das ist ja... Also... ... Kann man hier wenigstens vielleicht vernünftig durchlaufen? Ist ja anstrengend. Okay, also man merke, ich bin echt nicht die Tollste hier. Aber wer in Wundern ist, bei dem Leveln, da muss man schon Leviathan sein oder so. Komisch, der kommt auch immer überall durch, habe ich das Gefühl. Irgendwie schafft er es immer. Mein Problem ist vor allem auch, ich weiß echt, ich habe keinen blassen Schimmer. Ich drücke mal X, nein, da passiert auch nichts. Ich weiß echt nicht, wo bei mir die Schnelllauftaste ist. Shift? Ah! Shift! Jawohl! Ja! Shift ist es! Juhu! Ich speicher hier mal, denn ich bin über Garantie schon über meine Zeit rüber. So Leute, ich verabschiede mich, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Also, naja, ihr seht Chunk wieder, der hoffentlich hier durchkommt, im Gegensatz zu mir. Bis dann, ciao! Bis dann, ciao! Bis dann, ciao! Bis dann, ciao! Untertitelung des ZDF, 2020